Dass man auch den Schülern sehr viel Vertrauen geben bringt und sagt, du wirst das gut machen, du wirst es gut zeigen und ich bin jetzt nicht wichtig, sondern du bist wichtig. Bei uns ist halt das Besondere, dass die Eltern und die Schüler zusammen zum Gespräch kommen und dass das kompetenzorientiert ist. Also da geht es halt nicht um schulische Leistungen und die Mathe-Note ist schlecht und in Englisch ist das und das schiefgegangen, sondern es geht wirklich um die Persönlichkeit und wir gucken, was können die Schüler, was machen sie richtig toll, was ist eigentlich toll an diesem kleinen Menschen, der da vor uns sitzt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das zweimal im Jahr machen. Dann haben wir die ersten beiden Stunden Unterricht, danach ist Unterrichtsschluss und dann beginnen die Schüler- und Eltern Lehrergespräche bis 16 Uhr, immer im 20-Minuten-Takt. Dann gehen die Schüler halt erst nach Hause und kommen dann mit ihren Eltern wieder. Also bei uns ist es so, dass die Schüler erst die Leitung haben, dann kommen die Eltern dran und erzählen ein bisschen was und erzählen auch mal, warum bin ich eigentlich stolz auf mein Kind und was macht es toll und dann kommen die Lehrkräfte nochmal. Sie berichten darüber, was sie Besonderes in diesem Schuljahr geleistet haben oder was ihnen Spaß gemacht hat. Sie können das präsentieren in Form eines Plakates oder frei sprechen und berichten einfach über die Dinge, die gut gelaufen sind. Natürlich reflektieren sie sich und merken auch, okay, an diesem Ding möchte ich auch noch arbeiten und dadurch haben wir festgestellt, dass viele Schüler einfach aus einer eigenen Motivation bereit waren, an diesen Themen zu arbeiten, weil sie es selber erkannt haben, weil sie es selber formuliert haben und weil sie den Wunsch verspürt haben, da etwas zu verändern. Also das ist ein Prozess, der das ganze Schuljahr sozusagen überläuft. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler von Anfang an, also von Beginn des Schuljahres Handwerkzeug von uns an die Hand bekommen, Rüstzeug, dass sie dieses Gespräch durchführen können. Das heißt, wir schulen sie, wir geben ihnen die Möglichkeit, Ideen zu finden. Das heißt, es ist die ganze Zeit irgendwie immer präsent und das ist ein fester Bestandteil, dass man sich sozusagen immer einmal die Woche damit auf jeden Fall ganz intensiv beschäftigen kann. Man muss es wirklich nicht als einzelne Termine betrachten, auf die sich die Schüler dann punktuell vorbereiten, sondern das ist eine Kultur, die sozusagen fortlaufend an der Schule gepflegt werden sollte. Und meine Arbeit im Vorwege ist, dass ich mir mit den, also erst einmal selbst und dass ich mir dann mit den Fachkollegen überlege, welche Stärken hat der Schüler, welche großen Kompetenzen hat er, was kann der eigentlich besonders toll, gibt es irgendetwas, was außergewöhnlich toll an jemandem ist. Und selbst wenn man so denkt, bei dem Schüler fällt mir jetzt gar nicht so richtig was ein, aber der andere Kollege, der hat dann doch noch wieder eine Idee und sagt, das macht er aber total toll. Und man sieht einfach, dass jeder was Tolles an sich hat. Also man muss das nicht mit dem Klassenlehrer machen, sondern der Schüler sucht sich bewusst eine Lehrkraft aus, mit der sie, also zu der sie Vertrauen hat und mit der sie dieses Gespräch durchführen möchte. Ein Vorteil ist, dass sie sehen, dass Eltern und Lehrer zusammenarbeiten und dass es nicht immer nur um das Schlechte geht, sondern sie wachsen halt auch daran, was wir da erzählen. Und sie merken halt, dass sie alle was Besonderes sind und auch alle was Tolles an sich haben. Auch wenn man ganz viele Gespräche hat, ist das halt nicht so belastend, dass man immer negativ spricht, sondern das ist einfach, man geht selbst auch mit einem guten Gefühl daraus. Also es hat einen sehr familiären Charakter. Also es sind die Eltern dabei, noch ein weiterer, also Großeltern könnte man da hinzuziehen oder einen Großelternteil, Freunde kann man mitnehmen und trotzdem ist da sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit und sehr viel Tiefe in diesem Gespräch. Also das ist gerade, weil dieser Rahmen so angenehm ist. Die Elternarbeit ist viel positiver und enger geworden. Wir haben auch viele Eltern bei uns, die selbst schlechte Schulerfahrung gesammelt haben und die erstmal total ablehnend darauf reagieren, wenn die Schule anruft oder ein Brief nach Hause kommt. Und die merken halt, mein Kind wird gesehen und es geht nicht immer nur um die schulische Leistung, sondern um die Persönlichkeit und das ist bei uns im Vordergrund. Auf Seiten der Eltern ist es einfach so, dass diese Hemmschwelle, in die Schule zu gehen, genommen wird, weil sie wissen, sie bekommen ja eine persönliche Einladung von den Schülern. Da wird auch schon gesagt, ich möchte gerne erzählen, was ich alles Gutes geleistet habe, was meine Stärken sind und ich freue mich, wenn du da bist. Das ist eine ganz andere Bereitschaft, in die Schule zu kommen, weil sie genau wissen, es dreht sich nicht um die Schwächen des Schülers, sondern in dem Augenblick wird über die Stärken ihres Kindes berichtet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dazu geführt hat, dass wirklich, wenn die Eltern eingeladen worden sind, alle da waren. Wir kriegen unglaublich viele Eltern in die Schule dadurch, das war bei Elternsprechtagen halt vorher schwierig, viele sind einfach nicht gekommen, aber bei uns haben wir wirklich eine ganz hohe Prozentzahl, die da kommen. Ja, auf jeden Fall ändert man so seinen Blick auch, während das sonst ja oft war, was läuft in der Schule nicht gut, ist das durch diese Kompetenzorientierung halt wirklich, ja, man betrachtet die Schüler einfach auch mit einem ganz anderen Auge. Und dementsprechend ist es für mich persönlich ein sehr, sehr großer Gewinn, da man die Möglichkeit hat, einfach seinen Schüler intensiv und auch mehr auf Augenhöhe dem zu begegnen und kann daraus einfach gute Lösungen finden, die sehr, sehr individuell für den Schüler sind. Ich würde einfach jedem den Tipp geben, das einfach mal auszuprobieren. Ich würde einfach mal auszuprobieren. Ich würde einfach mal auszuprobieren. Ich würde einfach mal auszuprobieren.